Hey meine Liebe, heute zeige ich dir mal, wie du mit nur einem Produkt ganz viel Frische in dein Gesicht zaubern kannst. Dafür benutze ich diesen wundervollen, limitierten Lippenstift Empower ganz bewusst, weil wir mit dem Verkauf dieses Lippenstiftes die Horizonthäuser von der gemeinnützigen Organisation Horizont e.V. unterstützen. In diesen Häusern finden obdachlose Mütter und Kinder ein Dach über dem Kopf und das unterstütze ich natürlich gerne. Also den Lippenstift in einer frischen Farbe auf die Lippen aufgetragen. Und jetzt der Tipp, nimm diesen frischen Lippenstift ebenfalls und trage ihn mit dem Rougepinsel als Rouge auf die Wangen auf. So passen Lippenstift und Rouge farblich immer zusammen. Du brauchst nur ein Produkt zu haben und kannst dir so ganz viel Frische ins Gesicht zaubern. Hast du wie ich eine eher ölige Haut, empfehle ich dir anschließend das Ganze noch zu fixieren mit einem transparenten Puder. Okay, das war mein Tipp. Nimm Lippenstift für Lippen und Wangen, um Frische in dein Gesicht zu zaubern. Du bist schäuzt und Wangen, um Frische in deineantage zu zaubern. Du bist bet 93, in dein Gesicht zu zauberen. Du bist Regenstift für Lippenstift für Lippenstift steht. wir- Mischlingst��. Vielen Dank.